Wir hätten deine Stelle, für die du perfekt wirst. Großartig. Was soll ich da tun? Bitte. Oder auch, please, P-L-E-A-S-E. Und das bedeutet, du musst irgendwelche Verträge unterschreiben und dafür haften. Und dafür zahlen wir dir 16 scheißvieljährlich. Die Details stehen im Vertrag. Denk in Ruhe drüber nach. Ich nehm die Stelle an. Sekunde. Hast du das vom Unterschreiben durchgelesen? Nein. Eingestillt. Eingestillt. Daran arbeiten wir noch. Eingestillt. Eingestillt. Eingestillt.